Warum war der gelb? Ich weiß es nicht, aber wir schaffen es ganz gut. Auf nimmer Wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein. Nein. Leuchtender Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böser Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Und der Schatz? Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Und dann führte uns zu ihm. Oh, zusätzliches Ziel. Das ist ja angenehm. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgûl. Aber die Nazgûl wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Wo ist jetzt dieser Parkabschau? So, mal gucken. Was hat man denn da gerade? Hauptaufträge... Achso, das... Was mache ich denn hier? Ich wollte gar nicht hier rein. Ich wollte eigentlich jetzt ausnahmsweise mal hier rein, wo wir sonst immer landen. Appendices. Haben wir da nicht gerade eben? Artefakte, Natur, Personen, Talion, Überlieferungen, Visionen, Einführungen, Tipps. Ich weiß leider gar nicht. Wir haben gerade eben was Neues gefunden. Das würde ich gerne verlesen. Das Problem ist, ich weiß einfach gar nicht, was es war. Boah, Alter, da kommt noch einiges. Die Krallen der schwarzen Hand, die schwarze Hand Saurons, der Turm Saurons, der Hammer Saurons, der Nachbar Saurons, das Grillfest Saurons. Da ist alles. Eröffnungsfeier Saurons, Möbelhaus Saurons. Da gibt es alles. Sklaventreiber, Ausgestoßene, die Natur, Morgay fliegen. Boah, das sieht aber ganz cool aus, ne? Die Bilder. Ghûle, Morgay fliegen. Iiii. Mordor-Ratten. Iiii. Karagor kennen wir schon. Achso. Ich dachte, es kommen hier coole Bilder. Was das denn für ein Gemüse? Ich will mehr Bilder. Ich will mehr Bilder. Okay. Ja, keine Ahnung, was es war. Verbesserungen haben wir, glaube ich, keine. Das ist ja nicht so gut. Attribute. 675. Möhm, haben wir. Erhöht den Höchstwert deines Fokus um 20. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht inzwischen, dass wir sowas hätten. Ein neuer Schwertruhenplatz ist natürlich auch schön. Mit dem Schwert kämpfen wir ja so gerne. Vielleicht nehmen wir den einfach mal. Dafür haben wir den anderen Krempel nicht mehr. Und vielleicht nochmal ganz kurz erhöhten Fokus. Werden wir jetzt ja auch öfter nutzen. Fortschritt. Aha. Ach du Scheiße. 26,5% erst. Na, Glückwunsch. Ausgestoßene Rettungsaufträge. Was ist denn das für eine Reihe? Alter, Finne. Schwertlegenden. Eins von zehn. Wie peinlich. Vier von zehn. Geht ja gerade so. Dolchlegenden. Naja. Zwei von zehn. Überlebensherausforderungen. Jagdherausforderungen. Wie viel dienen? Zehn von 32. Artefakte 13 von 42. Das war's? Das war's. Okay. Gut. Wir kriegen das auf 100% durch. Ausgestoßene Rettungsaufträge. Rette die Versklavten. Ausgestoßene Mordors. Ähm. Ich würde gerne Dinge machen, die uns Macht bringen. Unter anderem. Ob das momentan so einfach so geht, weiß ich gerade nicht. Aber die Frage ist, wie kriegen wir die Hauptmänner da? Na, super. Wie kriegen wir die Hauptmänner down, frage ich mich. Ein benötigtes Kraut ist in der Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kräuter das sind. Das sind zwei gelbe. Und wir haben hier wieder so'n, so'n Ich gönne mir mal eben was. Nur mal so just for fun. Ah. Holla, die Weitwee. Was ist denn hier schon wieder los? Hab ich gesehen, mein Junge. Du kriegst'n Scheiß, Junge. Ach so, das wusste ich nicht. Das stand in meinem Vertrag aber anders. So, ich müsste die viel öfter grabben und kurz abstechen, wenn wir keine Hinrichtung da haben. Sind das... Warte. Nein. Ah, das wollt' ich. Sohn. Ich hab' mal das Ziel markiert. Machtstufe 11. Ich mein' wir könnten... Ich hab' ein paar nacktwürdige Spuren entdeckt. Ich wollte doch jetzt das Isil-Pupil. Wenn ich jetzt den einen Hauptmann umbringe, das bringt uns ja nicht so viel. Ich glaube, der ist böse gleich. Mal gucken. Ist aber egal. Ich wollt' ja zu dem Ding da. So, der wütet jetzt glaube ich da. So, was haben wir denn? Das wollt' ich auch gerade sagen. Iwab Gilebrem. Mhm, so sieht's jetzt aus. Das ist ganz toll. So. So, dann reiten wir mal ein bisschen nach Mordor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mensch, nachschau'n. Der dunkle Herrscher sucht nach dir, Waldläufer. Und ich bin sein Diener. Das freut mich sehr. Mist, boah. Nein, ich wollte doch den Ork angreifen, Mann! Ist hier nichts, ich sehe nichts, Mann! Boah, das gibt's doch gar nicht, Alter! Boah, das gibt's doch gar nicht! Wo ist der Typ jetzt hin? Wie kann er nur so gewaltläufe? Ehh... Gut, da vorne liegt wieder irgendwas. Laut Karte. Hinrichtung? Hinrichtung? Ja, langsam gewöhnt man sich dran. Mann, ich konnte grad nicht springen, was war das denn? Da ist, der backt sich da irgendwie fest an der Wand, ich weiß nicht warum. Hä? Aber ich kann da nicht runter. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. Wo ist das denn? So. Wollen wir das mal ein bisschen festhalten? Das war ja merkwürdig. Der hat sich grad so ein bisschen alphamäßig da festgebackt. Ich kam da nicht grad... Ich kam da gerade nicht hin. So, da kam ich ganz gut hin. Und da oben können wir noch ein legendäres Bogenschützenteil. Da haben wir schon wieder so ein... Die Weste, die du jagst. Hallo? Hallo? Du? Die kennen mich ganz gut. Ich glaub, die gucken das Let's Play. Ganz ruhig. Ich will nicht viel, nur dein Leben. Dann geschieht dir auch nichts. So, ist das hier? Der Grabwandler würde es nicht wagen, hier aufzukreuzen. Gegen unsere geballte Kraft hat er keine Chance. Hast du recht. So, wo ist er... Ach, jetzt bin ich, jetzt bin ich diesem Ding da gefolgt. Naja, wenigstens das da. Fallen lassen festhalten. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Und aufsammeln. Immer bin ich doch. Na, nicht hier. Geleir, Mordor. So, das haben wir mitgenommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber eigentlich spüre ich, wie die Blicke der Toten auf mir lasten. Ich wollte eigentlich da drüben hin. Tja. Na. Irgendetwas an ihm lässt sich. Schnelle Gnade. Er verfluchte seine Feinde und erlöste sie mit seinen Feilen von ihren Leiden. Na dann schauen wir mal, was wir da erlösen können. Versuche sie mit Schnellschüssen auszuschalten. Boah, wie viele denn? Huch. Ach, Erfolg. Gott sei Dank. Schnelle Gnade. Ich wusste überhaupt nicht, wie viel ich... Ich hab grad einfach nur gezielt. Und ich glaub auch zu lange gehalten. Askar. Narvi fertigte mich für den Ringschmied als Lohn für seine treuen Dienste. Und darunter nochmal auf Klingonisch. Du hast die Legende deines Bogens Askar zur Hälfte vollendet. Askar wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Beende, um die Legende um deinen Bogen zu vollenden. Hm. Das machen wir natürlich gerne. Der Bogen sieht natürlich auch sehr schön aus. Zoomen können wir auch. Zoomen? Raus zoomen. Rein zoomen? Raus zoomen. Bisschen hin und her schlenkern. Ist ja fantastisch. Okay. Zorn der Bogenlegenden. Huch. Ja, das ist sehr schön. 5 von 10. Aha. Zorn der Natur. Werteübersicht. Zum Kauf verfügbar. Minus 380. Da hätten wir sogar was übrig. Komm, wir schalten noch was frei. Einfach weil wir was können. Ich weiß aber nicht. Doch, Runen haben wir noch übrig. Bei Schleichtötungen mit dem Bogen werden 32% im Fokus wieder hergestellt. Eigentlich schön. Chance von 6% beim Angriff mit dem Bogen ein Elbengeschoss zu erhalten. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. 5%, aber ich glaube sowas haben wir schon, ne? Von 12%. Ich weiß nicht, ob sich das summiert. Keine Ahnung. 32% Fokus. Aber den Fokus hole ich mir lieber über B wieder rein zwischendurch. Ich probiere mal das hier einfach da drauf. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ach, die flüchten jetzt alle. Auch gut. Ich wollte den eigentlich mit B, aber da war er so schnell down. Da konnte ich nichts machen. Wie lustig hat es, die Orks dann hinterher noch abhauen. Wenn ich diesen Waldläufer sehe, dann werde ich ihn leiden lassen. Ja. Bis du ihn siehst, werde ich schon über seiner Leiche stehen. Psst, ey. Psst. Was war das? Nichts. Der Waldläufer! Nichts, du stark! Nein! Hinrichtung. 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 So. Das geht so schon ein bisschen einfacher. Wenn man auf die Hinrichtung achtet, geht es echt ganz gut. Und das wusste ich vorher nicht. Das Schwert, wenn das blau leuchtet, dann ist Hinrichtungstime. So, und hier kann ich mir irgendwo so ein leckeres Kräuterli. Da haben wir es schon. Brauche ich zwar eigentlich gerade nicht, weil ich doch... Ich war gerade der Falschen. Wir schützen Berserker. Sie schaffen Resultate. Aber die Kriege erledigen die echte Arbeit. Okay. Wie sieht's denn aus, wenn ich... Ja, das da hinten ist mir gerade ein bisschen... Hast die Menschen gefragt, ob sie etwas tun wollten? War nicht unbedingt das Schlaueste, was ich jemals gemacht habe, aber... Der hat eh gerade zu tun. So. Da hinten haben wir also keinen Ork. Wir haben hier echt gar keinen Ork? Der hat aber gerade keinen Fokus auf mich. Das ist gut. Ich bilde mir Dinge ein. Das tust du. Ich bin gar nicht hier. Na super. Das einzige, was noch übrig ist, ist ne Kiste voll verrotteter Fische. Fische, lecker Fische. Tobi mag Fische. Kennst du Tobi mag Fische? So ne neue Band. Von Tobinator. Hat er gegründet. So, da haben wir jetzt... Ah, da haben wir Blutrache. Das Symbol. Oder das Rache-Symbol. Das neue. Was auch Macht gibt. Aber ich glaube, Macht kann man nur... Irgendwann werde ich einen Sklaven finden, der nicht schon nach der ersten Vollkampf gab. Danke. Sehr gerne. Das war's. Das war's. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Wie könnte ich? Ich kenne nichts anderes mehr. Blah, Melodramat. Ich stehe in deiner Schuld. Blutrache. Auftrag starten. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, gegen wen diese Blutrache geht. Nakra der Verschlinger. Erstmal ganz kurz. Ich hätte gerne meine Geschosse wieder. Vielen Dank. Das war mir ein Anliegen. Der wollte den Sklaven gerade töten und... Hallo? Und da kann ich nicht so drauf. Ich frage mich, ob ich das mit der Blutrache ausprobieren soll. Haben wir den Turm hier aktiviert? Doch, den haben wir aktiviert. Okay. Und ich wollte... Was wollte ich eigentlich suchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir probieren gerade mal die Blutrache. Nichts geht über das Gewinsel der Menschen. Räche den Tod von Major Tre... Major Treble? Major Treble? Wer ist der Major Treble? Hä, wer ist das? Indem du Nakra der Verschlinger tötest. Wer ist der Major Treble? Ist das ein anderer Spieler?